Willkommen bei Military Minagers Magazin www.minagers.de In dieser Ausgabe bauen wir spanische Reiter. Das sind die im Vordergrund abgebildeten Annäherungshindernisse, wie sie im Festungsbau und auch bei der Feldverschanzung im Maßstab 1 zu 72 verwendet werden. Für den Bau der spanischen Reiter verwenden wir kleine Holzleisten und Besenborsten, die sich gut verarbeiten lassen, realistisch aussehen, aber keine schmerzhaften Verletzungen hervorrufen, wenn man beim Spielen in den spanischen Reiter hineinfasst. Für die Welle des spanischen Reiters verwenden wir eine 2x2 mm Walnussleiste aus dem Künstlerbedarf. Spanische Reiter waren zwischen 6 und 12 Fuß lang. Wir haben uns hier für eine Variante in 9 Fuß Länge entschieden und das entspricht in unserem Maßstab 38 mm. Auf der Oberseite der Welle haben wir im Abstand von 4 mm 9 Bohrlöcher markiert, die anschließend mit einem 0,8 mm Spiralbohrer für die Aufnahme der Federn vorbereitet werden. Anschließend werden an der Seite der Welle noch einmal 9 Bohrlöcher markiert, allerdings so, dass sie genau in der Mitte zwischen den Bohrlöchern der Oberseite liegen, also versetzt angebracht sind, damit die später von oben und von der Seite eingesetzten Federn sich nicht in der Welle begegnen. Die Bohrlöcher sollten möglichst mittig gesetzt werden. Leichte Abweichungen können aber durchaus vorkommen und das sieht nachher gar nicht störend aus. Nachdem die 18 Löcher gebohrt sind, glätten wir die Welle mit einer Schlüsselfeile oder mit etwas feinem Schmirgelpapier. Mit dem Seitenschneider trennen wir ein Büschel Besenborsten aus diesem handelsüblichen Straßenbesen heraus und stellen daraus die Federn für unsere spanischen Reiter her. Das Material eignet sich übrigens prima für Fahnenstangen, Lanzen und Piegen. Die Spitze einer Pinselborste wird mit der Flachzange platt gedrückt und dann mit der Schere in eine Speerspitze verwandelt. Anschließend kürzen wir die Speere auf 6 Fuß, also 25 mm in unserem Maßstab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nun kann der Zusammenbau beginnen, indem in jedes der 18 Löcher unserer Welle eine Feder eingesetzt wird. Dabei ist darauf zu achten, dass alle Spitzen der 9 nebeneinander stehenden Federn nach oben zeigen. Beim Einsetzen der Borsten ist eine Flachzange hilfreich, weil man präziser arbeiten und mehr Kraft ausüben kann, ohne dass die Borsten sich dabei verbiegen. Es ist gut, wenn die Borsten fest sitzen, dann brauchen sie später nicht geklebt zu werden. Nach dem Einsetzen der 4 äußeren Federn wird der spanische Reiter justiert, damit er nachher mit anderen spanischen Reitern perfekt in einer Reihe steht. Anschließend werden die übrigen 14 Federn in den spanischen Reiter eingesetzt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Spitzen einer Reihe alle nach oben zeigen. Falls eine Feder überhaupt nicht passt, kann noch einmal nachgebohrt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der erste spanische Reiter ist fertiggestellt. Zum Schluss werden die Federn der spanischen Reiter Holz- oder Eisenfarben bemalt. Wir haben uns hier für die Acrylfarbe Neutral Grau von Primacryl entschieden, die ohne Kondierung direkt aufgetragen werden kann. Mit dem Flachpinsel geht das relativ schnell und einfach, denn wir wollen nur die Federn bemalen, das schöne dunkle Nussholz aber unbehandelt lassen. zu Norden gibt es nicht los und sich die über die Robertрамle hin 역 bei dem Flachpinsel ist ganz im Untertitel. Vielen Dank. Vielen Dank. Gerne nutzen wir diese Gelegenheit auch, um mit einem Mythos aufzuräumen. Es wird ja häufig behauptet, man könne weiche Kunststoffe, zum Beispiel Airfix-Figuren und andere Weichplastikfiguren, nicht bemalen, weil die Farbe abplatze. Also bemalen wir diese Pinselborste einmal als Fahnenstange in der Farbe Neutral Grau, wohlgemerkt ohne Grundierung und sonstige Vorbereitung, und lassen sie eine Weile trocknen. Nach dem Trocknen können wir diese Fahnenstange nach links oder rechts biegen, wie wir wollen, ohne dass irgendetwas abplatzt. Die Erklärung ist ganz einfach. Acrylfarbe, insbesondere Künstleracrylfarbe, bleibt nach dem Trocknen flexibel. Das heißt, sie geht Bewegungen des Materials mit. Sie reißt nicht und platzt auch nicht ab. Nachdem nun die Spitzen der Federn getrocknet sind, können auch die Enden neutral grauer bemalt werden. Sollte später an der einen oder anderen Stelle noch etwas von dem roten Kunststoff sichtbar sein oder durch die Farbe hindurch schimmern, dann wirkt das wie eine Roststelle. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, und so sehen die spanischen Reiter dann neben Figuren im Diorama oder Wargame aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht auf Wiederhören beim nächsten Tutorial.